Wo bin ich? Da ist schon wieder einer. Ihr seid alle ich? Ja, durch uns kannst du sehen, wie oft du schon zu Tode erschreckt wurdest. Alles dankbar, Nicola. Das ist das Schnurgatorium. Jedes Mal, wenn wir eins unserer Leben verlieren, landen wir hier. Wenn das neunte endlich erreicht wurde, geht's weiter. Was? Heißt das etwa, dass ich wer weiß, wie lange hier warten muss und in der Zeit nur mit mir selbst reden kann? Ich kann hier nichts weitermachen als lesen und Jazz hören? Momentchen mal, ich bin im Himmel. Nein, das ist der Himmel. Hey, sieht das auch ein bisschen leiser? Er sieht schrecklich aus. Ja, wir sind alle gerne hier und wir dachten, wir hätten noch etwas Zeit, bis wir weiterziehen müssen nach... Da. Wir müssen unbedingt verhindern, dass bei Nicola uns weiter zu Tode erschreckt. Sekunde. Wir sind Geister, oder? Ich schlag vor, wir gehen zurück auf die Erde und erschrecken ihn. Wir erschrecken bei Nicola so heftig, dass er Chester nie wieder erschrecken will. Ziehen wir los! Erschrecken! Äh, du musst auf den Knopf drücken. Oh, Entschuldigung. Das Lied hat mich nur irgendwie abgelenkt. Ja, das Lied ist cool. Echt'n guten Geschmack, oder? Wow, Geisterspinne, du hast Chester erschreckt. Du wirst langsam richtig gut. Danke, Harold. Ich geb mir echt Mühe. Oh, für mich? Oh, da sind keine Tränen. Oh, Hasi, du weißt doch, wie sensibel Geisterspinne ist. Na ja. Ich weiß, dass du's nicht kontrollieren kannst. Ach, das gute alte Revier. Also, suchen wir bei Nicola und verpassen ihm den Schreck seines Lebens. Ja! Ja! Ich find, wir waren ganz gut. Ja, du warst echt gruselig. Ich mein, du warst nicht so gruselig wie ich, aber du warst ganz schön gruselig. Ja, ich find, dein drittes Buch kam etwas zu spät, aber ansonsten war's gute Arbeit, Jungs. Äh, wir waren zwar gut, aber er hat trotzdem nur gegähnt und ist dann wegspaziert. Oh. Oh, nächstes Mal müssen wir ne Schippe drauflegen. Ja, richtig. Ich meine, ich war super, aber Nummer 4 ist Buch, kam zu spät. Streng dich nächstes Mal mehr an, aber gut gemacht. Guter Anfang, Leute. Banikolas Nussdose, perfekt. Banikola, Harold, versuch besser nicht, mich zu erschrecken. Ich bin nicht in Stimmung. Ah, erwischt. Oh Mann, mich hätte das echt zu Tode erschreckt. Oh nein. Was ist passiert? Chester, versuch ruhig zu bleiben. Was ist hier los? An uns siehst du, wie oft dich Banikola zu Tode erschreckt hat. Was? Aber ihr seid... Eins, zwei, drei... Ich bin in meinem letzten Leben und nur wegen Banikola? Wie können wir ihn abhalten, mich zu erschrecken? Ah! Banikola, jetzt hör mir zu. Du musst versprechen, dass du Chester nicht mehr erschreckst, denn sonst sind wir ihn bald los. Schlimmer! Moment, aber zum Abendessen ist er wieder da. Nein, Harold. Und noch schlimmer, wir müssen dann in den Himmel. Versprichst du Chester jetzt nicht mehr zu erschrecken? Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir dem Drang, Chester zu erschrecken, zu widerstehen. Und wir werden uns darum kümmern, dass du möglichst entspannt sein kannst. Viel entspannter als je zuvor. Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang YouTube-Channel abonnierst.